Englisch! Steh mal an, ich muss es mal noch ein bisschen richten. Okay. Und jetzt, was sagen Sie? Wäre sicher schon am Ende! Nein! Erstmal muss ein Mikrofon kommen. Mikro, Mikro, Mikro! Genau! Was soll ich jetzt sagen? Die Frage ist Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Beides! Beides! Ich komme nicht! Ich werde euch noch finden! Also! Geht jetzt! Geht! Was wollen wir jetzt sagen? Seid du Salz! Was wollen wir jetzt sagen? Ist doch irgendetwas wegen Weihnachten, oder? Ah, das Weihnachten! Ja, weisst du das Ding mit dem Christkindchen? Ah, das meinst du? Ja, jetzt müssen wir doch irgendetwas sagen! Schöne Weihnachten! Du meinst, schöne Weihnachten? Ja, genau! So ähnlich! Schöne Weihnachten! Und dann kommt ja nur noch etwas am 31. Weissigste! Hm... Ist das nicht? Fl-fl-fl-ah nein! Rutscht gut! Genau! Das war es! Genau! Das war es! Gut. Wir trägt's nicht! Ich trägt's nicht! Ich trägt's nicht! Ja! So ein bisschen Enthusiasmus und jetzt nochmal mit Enthusiasmus, Freue Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Eins, zwei, drei. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist das Enthusiasmus? Nein. Du hast ja gar nicht im Zeitpunkt. Wenn du alles sagst. Miteinander? Ja. Eins, zwei, drei. Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss geht besser. Komm. Tschüss geht besser. Und? Tschüss zusammen. Na ja, okay.